Wir fliegen die Granaten. Und es gab einen Doppel-Knock. Horstman und Bierman an der Stelle tot. Und wir gehen mal in Chokesicht rein. Der jetzt hier pusht. Finisht. Und hat auch gesehen, wo sich Gideon befindet. Guckt trotzdem nicht hin. Guckt trotzdem nicht hin. Das war's für Gideon. Jetzt ist es noch der Santec. Auch der fällt. Und Gideon mit dem zweiten Kill.